Ich bin jahre alt und, ich würde sagen, fast ein erwachsener Mann, aber ich schäme mich nicht, hier zu schreiben. Denn so muss ich nicht, wo ich auch schon eine Art Schaufe bin, so jedenfalls wie das Ausland, wenn ich das auch nicht so sein soll. Ich bin schon so ein großartig. Ich bin schon so ein großartiger, aber ich schäme mich nicht mehr, zu schreiben. Und das ist alles okay, denn ich bin ja... Es wird nicht mehr so ein bisschen's, aber ich bin ja so ein großartiger. Und ich bin schon so ein großartiger, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.